Nein, jetzt hab ich stehen dabei. Ich hab's vergessen zu wechseln. Ja, wow. Aber ich hab mit den Perks drin. Das ist nicht wieder Perklisch spielen. Nö, und das kann ich nur mit 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 Quentin. Quentin. Nee, und beim Schwein find ich halt noch gut. Du hast halt noch die extra Fallen, wo du extra noch mal Druck aufbauen kannst. Ding Dong. Ding Dong. Mhm. Ich hab's bisschen ohne Ding in Danglendongen gehört. Ach, da haben wir ein TTV dabei. Mhm. Nichts ist das. Ich hab uns geguckt auf der Online-Saber. Weder hat's schon falsch geschrieben oder keine Ahnung, ich hab's nicht gefunden. Genau. Lassen Sie mich in Ruhe, ich hab sie nicht bestellt. Nisch. Jetzt guckt die, was hier drin ist. Ja, ja, ich weiß, du willst, dass haben, was da drin ist. Lohnt es wenigstens. Sie hat eine gute Taschenruppe. Hat sie dir mitgenommen, ich stehe über, wir sind mit der nächste Zwolle auf. Es ist so ein Klauschwein. Du kleine Camper-Sau. Blinder Krieger, na herzlichen. Guten Hunger. Jetzt klaut die das Midi-Kette. Ich wollte wissen, was das für ein Schönes war. Schon mal ein Blüsen-Gelbes. Vielleicht war es ein Grünes. Kleinen Mesen, aber das klauen die mir hier. Ach, ich hab sogar bloß ein Braunes dabei, sehe ich gerade. Mit Stief. Mit Stiefi-Boy. Du. Habe ich ja mit den Talente drin. Habe ich nicht reingetan, das weiß ich überhaupt nicht mehr. Wenn du ihn bestens mal gespielt hast. Habe ich den gespielt? Weiß ich nicht. Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Vielleicht habe ich es mal reingetan, für den Fall, dass das mal passiert. Weiß es nicht. Ich war es nicht. Ich weiß nicht. Das hat es auch gut funktioniert. Aber nur bei dem. Wir haben wirklich ein Burgless gespielt. Oh, schon wieder ich. Ach, komm schon. Geht doch weg. Ach ja, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Ah ja, sehr schön. Da ist ein Lampe. Mhm. Mhm. Ach, und schon wieder. Jetzt ist er weg. Ja, genau hier bin ich am Jan. Da, wo du gerade die Rumbie sitzt. Oh, scheiße, die kriegt man nicht schon. Die waren nicht schon da verletzt drin. Danke sehr. Mhm. Oh, oh, oh. Ja, natürlich kommst du schon wieder zu mir. Ich bin Hunger. Ich halte dich hier nicht, Kate. Läufst du mal? Wenn der steht da, die wird er geheilt werden. Ich habe keine Ahnung, wo die hinhalt. Da wo die gerade hingehe, gehe ich anscheinend ran. Du bist bei der Turn-Limit. Okay, wie gesagt, da wo die hängt bin, ist das ein Jan. Das ist sogar ein Dreier. Also komplett von der gegenüber. Machen. Okay. Danke. Wir sind mit der andere Um度. спасибо. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke, danke. Danke, danke, danke. ja damit ist sowieso nur dabei ich vermute ich finde doch heute doch kommen noch ein geist ohne nöt ja ein tote mal schon kaputt ja da wäre es auf die gehen die war ja noch in den park das kannst du da nicht wissen ja aber wenigstens der spinnbuß hat er vielleicht ein bisschen ich bin du bist an denen ich bin dann am anfang vielleicht hat der spinnbuß wenigstens den arsch gerettet da okay kein nöt man schon mit der skimmel nie bei mir so viel jetzt wieder weiß ich nicht, ob ich hinkomme ne oh, du bist ja voll unten mhm und sogar voll in der Palette na, hält mich schon auf ich weiß so ich weiß nicht, wo du hingewiesen bist ich auch nicht ach ich bin am falschen mach den drauf hält dich doch na wow hm 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 ja, das ist jetzt auch noch ja 3 hier und sind beide dead das ist halt immer das, was kese ist dann lieber ihn sterben lassen und 3 rauskommen anstatt wenn es 2 sterben ja, kannst aber nichts machen, den kriegst du nicht hoch hm ok, schaffst du nicht die sich auch nicht voll geheilt hat und der ist ja dort ich schaff mir von der Zeit her was gar nicht mehr, weil die viel zu weit weg ist ne, komm, wir gehen ist halt sowas, was willst du machen nix aber die haben halt eigentlich gut gespielt, das ist schade ja 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 ein pip jetzt fällt mir noch einer, dann bin ich gold 2 2